Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Spezialforschung Einlanger Schatten. Die wurde gestern um 15 Uhr freigeschaltet. Und ja, es gibt auch jede Menge Infos. Also Niantic selbst hat sogar einen Hilfeartikel auf pokemon.nianticlabs.com geschrieben. Und daraus werde ich euch auch berichten. Laut den Berichten von Professor Willow wissen wir ja, dass wir durch diese Spezialforschung den Super Rocket Radar zusammenbauen werden. Und damit sollten wir in der Lage sein, Giovannis Versteck zu finden. Giovanni soll ein starkes Krypto-Pokémon haben, also zum Beispiel vielleicht sogar ein legendäres. Wir müssen aber leider noch ein paar Tage warten, bis wir wirklich herausfinden, was es jetzt nun ist. Weil die Spezialforschung hat in der zweiten Aufgabe tatsächlich eine Bremse. Und zwar muss man erstmal fünf Tage Pokestops drehen. Diese Spezialforschung könnt ihr einmal im Monat erhalten. Aber wenn ihr sie nicht abschließt, erhält ihr keine neue. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie welche ansammeln. Dabei verhält sich das folgendermaßen, wenn ihr die Spezialforschung von September erst Mitte Oktober abschließt, erhält ihr sofort die von Oktober. Wenn ihr aber die in September schon in Mitte September abschließt, dann müsst ihr bis 1. Oktober warten. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich dann immer am 1. des nächsten Monats eine neue Spezialforschung erhalten, um wieder ein super Rocket Radar zusammenzubauen. Gestern war der Rocket Radar im Shop für 200 Münzen erhältlich. Aktuell wurde er aber wieder rausgenommen. Niantic hat leider nicht mitgeteilt, wieso sie das getan haben. Aber sie werden uns auf Twitter wieder auf den Laufenden halten, wenn denn dieses Item wieder verfügbar ist. Ihr könnt euch den Rocket Radar auch kostenfrei zusammenbauen, indem ihr einfach sechs Rocket Trübel besiegt und die mysteriösen Teile zusammensammelt. Diese Funktion ist übrigens erst ab Stufe 8 verfügbar. Die meisten wissen gar nicht, wie das geht, dass man Stufe 8 sein kann, aber ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja Leute, die ganz, ganz frisch angefangen haben und da kann das schon mal passieren, dass man noch nicht Level 8 ist. Ihr bekommt nur mysteriöse Teile, wenn ihr noch keine sechs Stück habt. Wenn ihr also sechs Stück zusammen habt und den Rocket Radar nicht benutzt, dann bekommt ihr auch keine neuen mysteriösen Teile. Setzt ihr den Rocket Radar ein, werden euch mögliche Poké-Stops angezeigt, die auch die Verstecke der Team-Go-Rocket-Leiter sein werden. Die Team-Go-Rocket-Leiter sollen schwer sein. Sie werden Schilde einsetzen und haben nicht gerade schwache Pokémon und vor allem sind sie nicht so typenspezifisch. Ich zeige euch ein oder zwei Grafiken ein, in denen ihr sehen könnt, welche Pokémon diese Rocket-Leiter einsetzen können. Achtet auch darauf, bevor ihr einen Rocket-Leiter angreift, dass eure Pokémon aufgeladen sind. Falls ihr den Kampf aber verliert, macht euch keine Sorgen, ihr könnt weiterhin gegen diesen Leiter kämpfen, zumindest mal so lange, bis er von der Karte verschwindet. Selbst wenn er verschwindet, heißt es noch lange nicht, dass dann der Rocket Radar kaputt ist, sondern er ist erst aufgebraucht, wenn ihr wirklich einen besiegt habt. Habt ihr ihn besiegt, könnt ihr auch wieder einen neuen Rocket Radar zusammenbauen. Momentan sind nur drei Krypto-Pokémon in Shiny verfügbar. Das sind Sneepel, Mauzi und Sichlor. Das sind genau die drei Starter der jeweiligen Rocket-Leiter. Ich bin gespannt, aber ich gehe davon aus, dass die Shiny-Chance nicht ultra hoch sein wird. Ihr werdet Giovanni nur mit der Spezialforschung finden, also einmal im Monat. Das heißt, wenn die Medaille bei 20 auf Gold ist, dann dauert es insgesamt 20 Monate minimum, um Giovannis Medaille auf Gold zu bekommen. Die Spezialforschung, ein langer Schatten, taucht nur auf, wenn ihr eine beunruhigende Situation abgeschlossen habt. Also, falls ihr euch wundert, dass ihr vielleicht diese Spezialforschung nicht habt, solltet ihr vielleicht mal die Spezialforschung mit Team Go Rocket abschließen. Aus der Spezialforschung erhaltet ihr den Super Rocket Radar. Dieser führt euch nicht sofort zu Giovanni. Boah, echt fies, hey. Also, wisst ihr, ihr tut und macht. Und ich weiß nicht, wie vor allem interessant wird es wahrscheinlich, wenn ihr einen bestimmten Rocket Leiter, Team Go Rocket Leiter sucht, müsst ihr wahrscheinlich mehrere Pokestops abrennen, um den überhaupt zu finden, weil ihr braucht alle drei für diese Spezialforschung. Und dann habt ihr es geschafft und dann ist einfach Giovanni nicht da. Also, ihr müsst dann so lange Pokestops absuchen, bis dann wirklich Giovanni auftaucht, weil ihr werdet, es wird euch vorgegaukelt, da ist Giovanni. Ihr klickt auf den Pokestop und auf einmal taucht ein Rüpel auf. Hm, toll. Ob ihr dann gegen ihn kämpfen müsst oder kämpfen könnt, weiß ich nicht. Das geht aus dem Hilfeartikel von Niantic nicht vor. Gestern wurde ein neues Event gestartet. Dieses geht dann bis 14. November um 22 Uhr. In der Wildnis tauchen Rettan, Smogon und Mautzy häufiger auf. Mautzy gibt es ab jetzt nun dauerhaft als Shiny. Daher passt das auch ganz gut, dass dann auch das Krypto-Shiny ist, was ist dann das erste Pokémon, das als Shiny rauskommt und auch gleich als Krypto-Shiny ist. In Rates könnt ihr gegen Pokémon kämpfen, die was mit Team Rocket, Team Go Rocket zu tun haben. Da habe ich jetzt aktuell noch gar keine Liste vorliegen, werde ich aber gleich nochmal nachschauen. Neue Krypto-Pokémon sind verfügbar. Sandan, Mautzy, Knufensa, Magnetilo, Kigli, Sichlor, Porygon, Wohingenau und Sneebel. Sehr schön. Leider liegt mir eine aktuelle Raid-Liste nicht vor. Ich habe nochmal geguckt, aber stattdessen habe ich was anderes, vielleicht Interessantes gefunden. Es gibt einen Trainer, der hat Alu mit 1500, also mit Superliga-Pokémon besiegt. Den könnte man sich mal anschauen. Das könnte interessant sein. Alu startet hier mit einem Krypto-Sichlor und der Spieler hier hat ein Melmetal auf unter 1500 natürlich. Mit Donnerschock und Steinhagel gehe ich fest davon aus. Das ist nämlich das beste Moveset für Melmetal in PvP. Ist übrigens auch ein sehr gutes Pokémon in der Meisterliga. Also ihr müsst es nicht auf 1500 lassen. Ihr könntet auch eins auf Max pushen. Ja, das Pokémon ist sehr gut, weil es eine sehr gute Verteidigung und KP-Werte hat. Deswegen hält es hier auch dementsprechend etwas mehr aus. Da ist das natürlich ganz gut. Und Steinhagel ist halt effektiv. Da Melmetal schon besiegt worden ist, haben wir jetzt ein Voluminas, das natürlich wahrscheinlich auch Steinhagel hat. Wird nämlich auch sehr, sehr häufig eingesetzt. Ich kann nicht alles hundertprozentig hier erkennen, welche Attacke was ist. Vielleicht ist auch das Spiel auf Englisch. So ein bisschen. Ja, wir haben hier ein X-Bud, da auch Gestein effektiv ist, ist das auch nicht schlecht. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es geht ja recht schleppend voran. Oh, jetzt hat er Bulteros-Ei getauscht. Der hat Steinkante. Weil X-Bud kurz vorm Besiegen ist, hat er jetzt halt hier mit der Sofort-Attacke das genutzt und hat dafür gesorgt, dass aber jetzt noch die Ladeattacke von Bulteros aufgeladen wird, damit er gegen Glurak Steinkante einsetzen kann. Und ja, jetzt fehlen ja nur noch ein paar Mal Steinhagel von Voluminas oder einmal und schon ist Alu besiegt. Mit Pokémon aus der Superliga. Wahnsinn, oder? Eigentlich doch ziemlich krass. So von wegen, wenn man es richtig anstellt, kann man... Der hatte also, ich finde, er hatte halt schon einigermaßen Glück gehabt. Alu kann auch Garados haben. Wenn man da dann das falsche Pokémon dann gerade einsetzt, kann Garados seine Gesteins-Pokémon sehr schnell besiegen. Wir haben hier Magnetzone. Magnetzone wäre jetzt auch nicht unbedingt gegen das Pokémon, das man da jetzt so gerne haben möchte, wenn man da mit seinen Gesteins-Pokémon so ankommt. Und bei Sherox bin ich mir nicht sicher, ob man mit Gestein überhaupt groß weit kommt. ja, aber trotzdem sehr, sehr interessant. So kann man es natürlich auch machen. Das Gute ist zumindest, Sherox ist Käfer-Stahl. Ich habe es jetzt extra nochmal nachgesehen. Und da ist dann Gestein zumindest mal normal effektiv. Also das heißt, es macht normalen Schaden, es macht nicht weniger Schaden. Also das ist schon mal ganz gut. Da fährt man jetzt nicht ganz so schlecht. Ach ja, ganz wichtig. Nach einem Sieg von Team Go Rocket Lightern könnt ihr Items bekommen, solltet also darauf achten, dass euer Beutel nicht voll ist. Es gibt die Chance auf einen Einallstein. Ich denke, das ist doch schon mal eine sehr hübsche Idee. Garadus, wenn Alu Garadus einsetzt, ist natürlich Gestein effektiv. Dennoch, wie gesagt, ich mache mir dann eher Sorgen, dass es dann Kaskade oder weiß was ich was für eine Wasser-Sofort-Attacke hat und das Pokémon dann sofort besiegt wird. Dementsprechend ist Melmetal natürlich dann eine sehr hübsche Idee, wenn es denn den Sichlor auch überlebt. Blöd auf Eise habe ich gestern ein Fulcano erlöst, weil ich gedacht habe, oh, das hat ganz interessante EV, das kann man ruhig mal erlösen. Ja, das hätte ich vielleicht später machen sollen. Bevor ich bei der Spezialforschung die erste Aufgabe noch nicht erfüllt habe, habe ich dann danach gesehen, das war nämlich, glaube ich, direkt danach. Das war natürlich dann dumm von mir. Naja, ich werde wahrscheinlich noch einige Rocketrübel aufsuchen müssen. Drei mysteriöse Teile habe ich hier gerade. Genau, hier hole ich mir die erste Aufgabe ab. Die Belohnungen sind jetzt nicht so ultra. 500 Staub kriegt man auch bei jedem Rübel. 10 Pokebälle, naja, und die 10 Himi, naja, nicht so mein Fall. Aber, ja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Professor Willow spricht natürlich hier in der Spezialforschung wieder ein bisschen rätselhaft, obwohl wir ja eigentlich schon alles wissen. Also, so ziemlich alles, von daher kann man hier, aber dennoch habe ich mir den Text ganz in Ruhe durchlesen wollen, um etwas genauer zu sehen, was er denn so Hübsches erzählt. In der zweiten Aufgabe geht es dann etwas länger. Ihr müsst 5 Tage hintereinander an PokéStops drehen und ihr sollt 15 Krypto-Pokémon erlösen. Dementsprechend, ja, dauert das ein bisschen. 5 Rates, okay, kriegt man irgendwie hin zur Not nächste Woche an einer legendären Raidstunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Batsch. Batsch.